Herun, willkommen auf meinem Kanal, der Marter Tafel ist erst mal. Heute spiele ich das Spiel Barrow, zur Erklärung will ich so erklären, dass ich nicht auskehren damit. Es ist Minecraft, zumindest in der Grafik von Minecraft in die Richtung geht das. In dem Rennspiel, ja, unterklären, oder? Na, okay, wurscht. Sagen wir, rede ich wieder um, gehen ins Spiel, bis gleich, tschau, tschau. So, jetzt müssen wir das Fahrzeug wählen. Hä? So, okay. Spiel ich jetzt zu zweit? La, moin, wartet mal kurz. Nein, nein. Danke. So, wir müssen jetzt mal kurz raus. Okay, dann haben wir da noch Fehler dran. Jetzt können wir loslegen. Ja, also, yeah. 3, 2, 1. Go, go, go. Weg mit euch! Weg mit euch! Weg mit euch! Wie ist das denn? Da unten die ganze Zeit werden mir das Achievement angezeigt. Die ganze Zeit. Da unten die Achievements. Ne, was ist das? Meins, meins, meins. Alles meins. Ich bin hier Gewinner. Ihr kriegt mich nicht! Fresst meine Asche! Okay, das war ein relativ starker Fail. Das gebe ich zu. Hatte mich jetzt keiner gesehen, oder? Würde ich sagen. Aber wir gehen jetzt in die Runde. Hat keiner gesehen, oder? Gut, dann ist es gut. Dann passt es ja. Vielleicht nicht, dann passt es. Hm, wahrscheinlich nicht gut aus. Nein. Irgendwann ich für die. So. Wie ist das? Ähm. Ach, es gibt noch vier. Mit Nacht. So. Ich werde euch alle kriegen! Au! Au! Oh! Ich habe mich selber bekommen! Oh! Ich hole mich! Ich hole mich euch! Ich bekomme euch! Ich werde euch alle kriegen! Ja! Selbst dich, du vorne! los! Oh nein! Ich habe eine Flasche neben mir! Komm! Komm! Er ist mir weggedrängt! wo wir über die muss muss einholen weiter das darf doch nicht wahr sein nein es gibt ja auch solche Sachen ganz ehrlich es ist irgendwie mehr so pixel vielleicht nicht Minecraft Art es ist so pixellig irgendwie so ein Super Mario Kart abklack ich es halt irgendwie mehr die Steuerung ist so relativ lustig so dafür glaube ich dass es glaube ich 19 Cent gekostet hat wo ich es mit Kurt Colter auf Steam kann man das gut machen finde ich das relativ ganz gut für die 19 Cent ist so relativ gut 1 Euro irgendwas zahlt so allgemein da ist gut da habe ich schon einiges schlechtere gesehen Hust 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 auch weil er das letzte ist was ich tue du 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 komm dich weg komm mal ruhig aus und all von mir ja einfach weg mit dem weil ich war doch kurzzeitig auch ganz kurz weg ja das hat nicht zu tun vielleicht aber jetzt wird es vollgas voraus 2 2 3 3 3 4 5 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 6 6 5 5 5 5 6 5 6 5 Schnell Komlitzdorf ich will nicht darunter springen und normal kann ich kann normal von Jahr schwierig aber ich kann ja ich habe gewonnen ich habe gewonnen ich bin hier die Nummer 1 nicht hier ich hier bin Nummer 1 ich will noch kurz nein das ist das Falsche ich sage Leute, Musik kann man leider nicht so ausschalten oder sind das ich will noch eine andere mehr fällt noch eine schnelle kurz ich will noch einmal was geht es da ich bin hier mal wieder zack 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 So Leute, ich würde sagen, bevor ich noch in der Suche einschlafe oder noch stirbe, weil es so lange braucht, bis ich die Flagge da habe, wie gesagt, das war's mit der Folge, sagen wir sehen uns beim nächsten wieder, ich würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar schreibt, und auch vielleicht alles, wenn ihr euch gefällt, einen Like, schreibt mir gerne Spielewünsche, verbessern sie den Rennen, sagen wir jetzt, ciao, ciao Leute, bis dann, bye bye.